Mein Name ist Reinhard Ade. Ich bin Schuhmachermeister und Inhaber der Schuhmacherei Ade. Mein Name ist Cornelia Gerber. Ich bin Gewerbekundenberaterin bei der Volksbank in Pforzheim. Ich mag Schuhe natürlich. Heute mal an so einem Schuh zu arbeiten ist für mich etwas ganz anderes. Also ich finde es ganz gut, dass die Betreuer meiner Bank sich auch für meinen Beruf, für meinen Laden interessieren. Womit beschäftigt sich der Kunde? Wo ist sein Herzblut? Was macht er täglich? Was schafft er? Und das ist das Spannende daran. Einen guten Schuhmacher und natürlich überhaupt einen guten Handwerker macht aus, dass man sich immer hinterfragt, ob die Arbeit, die man leistet, in Ordnung ist. Die Frau Gerber hat sich echt gut geschlagen. Ich bleibe Bänkerin. Wie heißt es so schön? Schuster, bleib bei deinen Leichten. Ich frage mich dann doch. Ich fühle mich das Spannende, ich trete noch